Oh, hallolo und herzlich willkommen zu einer neuen Extraschicht. Wir wuseln uns heute mal mit euch durch die zweite und dritte Folge Temptation Island 2023. So, und jetzt geht's los. Einmal ein kurzes Recap. Was wissen wir bisher zu den Paaren? Was ist in der ersten Folge passiert? Serge, leg mal los. Ich hab mich jetzt gar nicht vorbereitet. Ich wusste nicht, dass es Hausaufgaben gibt. Und wir haben mitbekommen, wie die sich alle kennengelernt haben. Die haben erzählt. Ja, wir wissen, dass Nico so ein bisschen übel drauf ist, aber das irgendwie nicht direkt offenbart. Wir wissen, dass Charlene und Adrian so die ruhigsten sind. Okay, du hast sie verwechselt. Adrian ist der Hurenbock. Ja, dass Adrian auch so ein... Meiner Meinung nach. Dass Adrian auch sehr wild direkt am Anfang ist, war. Zeitnot. Erinnerst du dich daran, dass bei Adrian direkt die... Wie heißt sie denn nochmal? Die Brünette, die rangeht. Dass die den direkt massiert hat und mit dem gequatscht hat und er meinte, setz dich auf meinen Schoß und so. Weißt du es noch? Die saßen nebeneinander und sie hat irgendwie so... Ach, du bist so gut aussehend und voll mein Typ. Dann hat sie sich so rüber geschwungen und saß bei ihm auf dem Schoß und dann hat sie ihm, glaube ich, so den Kopf gekrault oder so. Ja, dass du dir auf dem Schoß saß, da kann ich mich noch erinnern, ja. Und danach sind die ins Schlafzimmer gegangen, ne? Ja, und dann hat sie ihn massiert. Ja, weißt du, ich denke ja, die lernen sich kennen Stunden später. Irgendwie kam es einem auch vor wie einen Tag später, nachdem die sich erst kennengelernt haben. Jetzt war sie in dem Interview, sie hat gesagt, das waren die ersten zehn Minuten, wo sie sich kennengelernt haben. Das sah aber auch in der Folge so aus. Die sind da alle reingegangen und dann direkt so, hallo, wer bist du denn? Und quasi dann auf dem Schoß gesetzt. Ich bin maximal verklemmt, ne? Ich habe keine Lust, Leute, die ich zehn Minuten kenne, mich so bekrapschen zu lassen. Nee, voll, voll. Also, ja, vor allem auch über jemanden dann direkt den Kopf im Schoß zu haben und so. Ich meine, ich verstehe das, wenn man, boah, ich bin so ein Mädchen, wenn man ein paar Gespräche hatte und sich näher kennenlernt und man findet sich gut, sodass man dann den Drang dazu hat. Aber so direkt mit, setz dich mit deinem Stringtanga auf mich drauf und finde ich schwierig. Wobei, ich komme mir gerade wirklich vor wie so ein Mauerblümchen. Ja, Weitseinprogramm Loreen und Adam, das sind die Rügen, die so mehr oder minder scheinbar eine vernünftige Beziehung haben, eine ruhige Beziehung haben. Ja, auf jeden Fall eine echte, ja. Wobei die sich auch über Instagram kennengelernt haben, was eigentlich voll interessant ist im Vergleich zu anderen, die sich im Schwimmbad kennengelernt haben, wie Tatum und Luis. Oh, Überleitungsking, oh, Serge ist am Start. Wo man nicht gedacht hätte, dass Luis auf einmal auch so abgeht, weil der hat auch das erste Mal direkt einen rausgehauen. Ja, ansonsten, ja. Möchtest du meine erste Prognose hören? Oder ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon was gesagt habe, aber jetzt meine erste Prognose, die ich als fundiert empfinde, ob Tatum und Luis noch zusammen sind? Ja, schieß los. Ich glaube nein. Ich glaube auch nein. Aber deins ist unfundiert. Ich habe nämlich bei Instagram mir ganz viele Sachen von Tatum angeguckt. Klingt jetzt, fühlt sich auch ein bisschen notgeil an, aber Dinge passieren. Und sie hat nämlich erzählt, dass sie seit der Staffel zehn Kilo abgenommen hat mit Sport und, und, und. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mit meinem Partner zur Temptation gehe und der macht sowas und wer weiß was noch und so wie das auf mich wirkt, muss sie ihn ja lieben. Warum sollte sie ihn sonst nehmen? Finde ich das total logisch, dass sie danach diese zehn Kilo abnimmt, einfach weil sie sich in Sport und Ernährung und in Single leben und so stürzt. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Mann mit seinem Partner dahin geht und nach dieser ganzen Scheiße, die passiert ist, diese zehn Kilo abnimmt. Weißt du, was ich meine? Das klingt für mich wie das typische, ich nehme jetzt ab, weil... Entweder bewältigen oder Mittelfinger. Ja, ja, genau, genau. Boah, die braucht keinen Mittelfinger, ey. Sie hat sich, also ein bisschen Spoiler alert, aber die hat sich ja schon Mittelfinger gegönnt. Nein, ich meine, weil sie so wunderschön ist. Die muss nicht noch mehr machen. Okay. Okay, ähm, was ist der Plan? Ja, wir schauen uns jetzt einzelne Szenen an. Wir versuchen euch mal den Ton irgendwie mitzugeben, damit das nicht alles so trocken ist und wir dann vernünftig diskutieren können. Wir sind jetzt in der Villa der Frauen. Charlene, die Freundin von Adrian, redet mit... Einem Verführer? Ja, einem Verführer. Neben der Stelle 243. Und es geht darum, Adrian betreibt ja immer ganz schön Bodyshaming bei Charlene. Das war ja direkt in der ersten Folge schon, wo er irgendwie meinte, du hast dich gehen lassen, weil sie so ein bisschen breiter geworden ist, seiner Meinung nach. Aber sie würde sich jetzt wieder in den Griff bekommen und würde jetzt wieder fitter aussehen. Und sie ist völlig am Ende im Endeffekt, weil sie sich viel schlechter fühlt als Frau neben ihr. Sobald eine Frau ein bisschen schlanker wirkt auf sie, fühlt sie sich schlecht. Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Und er unterstützt das auch noch schön. Jetzt hören wir einmal das Gespräch. Welche Beiber sind, die halb dünner sind als ich. Es ist ja klar, dass du von daneben stehst und dir denkt, das ist ja unnötig. Ja, klar. Das sind natürlich so komplexe. Guckt die mal die anderen Mädels an und dann bin ich daneben. Ich finde es gar nicht so krass, wie du bist, wie bist du da. Man hat sowieso immer eine andere Wahrnehmung in sich selbst. Aber ich finde es gar nicht so schön. Das ist so ganz normal eigentlich so. Es ist jetzt nicht, dass man sagt, boah, ist die gefällig. Ja, da geht es dann auch. Du weißt, ich meine so, es ist eigentlich ganz normal so. Also die Seniorboys sind alle mega nett. Wie findest du ihre Einstellung zu sich selbst? Wie sie sich selbst da darstellt? Ja, sehr wenig Selbstvertrauen. Sehr negativ von sich selbst. Aber wahrscheinlich, weil sie auch so eingeregelt wurde. Also bist du der Meinung, das könnte auch mit von Adrian kommen? Ja, ist vermutlich, ja. Das ist auch eine Frage für dumme gewesen. Okay, ja. Wie findest du, wie der Verführer reagiert? Ja, ein bisschen schwach hätte man mehr machen können. Aber nur halt so auf. Gib mal Beispiele. Was hätte er sagen können, was besser gewesen wäre? Keine Ahnung. Was wäre denn besser gewesen? Naja, vielleicht nicht zu sagen, finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Wenn ich dich angucke, denke ich halt nicht, boah, ist die fett. Mhm. Was sagt denn sowas? Und welche Frau sitzt da so, wirklich, ich bin nicht entsetzlich fett? Ja, also der Verführer war recht plump. Aber ich glaube, da für die Situation reicht's. Ja, ich glaube, ihr hat's gefallen. Aber trotzdem. Ja. So, was? Vor allem, da muss man noch einhacken und sagen, was sagt denn dein Freund dazu? Mhm. Ne? Und wenn sie dann sagt, ja, der sagt mir halt, der sagt halt zu mir, boah, bist du fett. Dann kann man da doch einhacken und sagen, dein Freund hat ein Problem, Alter. Was ist das denn? Ja, das direkt so ein bisschen unterstreichen. Voll, das ist doch so eine Situation, die total viel Potenzial gehabt hätte, um wirklich in Richtung Temptation zu gehen. Mhm. Den Männern wird doch ständig gesagt, ne, hier, versuch eine emotionale Bindung aufzubauen und, 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 und so machst du dir Frauen klar. Was ist das denn? Mhm. Also wirklich, Verführer 0 von 10. Mhm. Noch ein Kommentar dazu? Der hat auf jeden Fall die Schwachstelle direkt gesehen. Ich glaube, sie läuft damit offen rum. Ich glaube, sie erzählt das einfach jedem. Mhm. Also das scheint ja auch ein bisschen deren Thema gewesen zu sein, wie sie sich da angemeldet haben, ne? Die haben ja alle irgendwie so eine Geschichte, die sie erzählen müssen. Und die Geschichte, die sie mit ihrem Freund zusammen erzählt hat, ist, sie hat Angst, dass er fremd geht. Mhm. Und er fühlt sich auch gar nicht so super hingezogen zu ihr. Mhm. Wie kann man denn so, wie kann man denn so leben? Gute Frage. Was hält die denn? Weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Mangelndes Selbstvertrauen? Ich finde den fast schon gewaltvoll. Also emotional voll. Mhm. Naja, okay. Nächste Szene. Den als Verführer finde ich auch übelst ekelhaft. Schatz, Übergang. Übergang. Na, wir haben das ja eingeblendet. Okay. Nehmen wir so, nehmen wir so. Also wir sind jetzt bei diesem Rosenöl-Date, ne? Ich hasse den. Ich kann den nicht ab. Ich mag seine Art zu sprechen nicht ab. Ja. Ich mag nicht, was er sagt. Der ist fake. Durch und durch fake. Als hätte er so ein Skript vorgeschrieben und dabei dann auch noch schlechte Schauspiel-Künste Boah, weiß ich, was ich mir vorstellen kann, was der ist oder was er denkt, was er wäre? Dating-Coach. Jo. Genau so benimmt er sich. Ja, so eine Aura hat er. Ja, voll. Ich kann den so nicht ab. Okay. Ah! Ist ihr Job, ne? Aber wieso ist er so ekelig? Sie macht das aber auch so plump. Funktioniert. Funktioniert. Okay, so. Das waren dann die Videobilder. Was denken wir dazu? Ach, das lief die ganze Zeit. Ist das ganze Meckern von mir auch drauf? Müssten wir gucken. Frechheit. Okay, also wir haben jetzt die Bilder gesehen. Was halten wir davon? Ekelhaft. Ekelhaft alle. Also guck mal, das mit Adam, der hat ja einfach nur Vorstellen und ich hoffe, das war es auch, dass der einfach auf diesem Partyboot war und die haben alle schlimmere Dinge gemacht als das. Alle. Und dass du halt auch dich so ein bisschen herausgefordert fühlst, weißt du? Du willst ja auch nicht, keine Bilder liefern, weil alle Leute, die da hingehen, die haben schon vor, irgendwie bei Trash-TV was zu reißen oder hinterher bei Instagram. Dafür muss man dich halt auch mal sehen. Und was ich interessant fand war, der ist halt nicht so richtig über die Brüste, sondern in der Mitte immer geblieben. Es sah auf jeden Fall so aus. Es sah meiner Meinung nach eigenartig aus. Ja, es sah auch nicht aus, als hätte er, würde er das irgendwie, das hatte, dabei war keine Erotik. Das sah nicht so aus, als würde er sich daran aufgehalten. Bei allen anderen 100%. Richtig eklig. Auch dass Nico den Fuß in den Mund genommen hat. Das sind einfach auch Sachen, die muss man nicht tun. Ich glaube halt, das war so Joke-mäßig. Ich verstehe das auch irgendwo. Und wenn man halt im Privaten ist und in einer Freundesgruppe und man liebt diese Leute seit 20 Jahren, weißt du, und man ist im Schwimmbad und der Partner ist dabei und man macht, ich bach dir den Fuß ab oder irgendwie so. Das verstehe ich. Offensichtlich ist das kein Geflirter. Aber du kannst nicht der vorher quasi Popo-Klatsch geben, dich mit der im Wasser reiben und alles mögliche und alles total und dann sowas machen. Das ist zu viel. Ja, in dem Gesamtkontext. In dem Gesamtkontext wird das noch einfach nur eine Schippe oben drauf sein. Genau, es ist auch zu vertraulich. Auch dieses, wo die dann hinterher da wie so ein großer Spaghetti-Haufen lagen, wo man nicht mehr sehen konnte, welche Gliedmasse zu welcher Person gehört. Was ist los mit euch? Was sagst du dazu? Ja, sehe ich genauso. Okay. Gut. Weiter. Okay. Als nächstes schauen wir uns einmal Nico und Siria zusammen an. Zuerst dachten wir, Siria würde sich an Luis ranklammern, aber jetzt scheint das, als würde sie so ein bisschen breit gefächerter gucken. Mit der Liebeserklärung an Luis. Oh mein Gott, das war so peinlich. Weil man sieht auch einfach, wieso sollte ich dich anlügen? Es gibt dafür absolut keinen Grund. Und der auch so betrunken, dass er da einfach nichts sieht. Boah, der kam gar nicht mehr klar. Und sie war nur so, äh, der vergleicht mit seinem Mund auf mich drauf. Jetzt hat sie sich umentschieden und jetzt ist sie eher bei Nico. Ja, wobei, ja, ich glaube nicht, dass, also ich glaube, Nico findet sie wirklich gut. Zumindest besser. Aber, weißt du noch, was ich gesagt habe, warum ich glaube, dass Nico Siria gut findet? Während wir das geguckt haben, habe ich das gesagt. Ich habe doch gesagt, dass Nico die ganze Zeit analysiert. Der pickt so ein bisschen an allen Mädels rum, shakert ein bisschen, lacht viel mit den Jungs und, und, und. Und sagt die ganze Zeit, er hält sich zurück, er weiß, wo die Grenzen sind. Er ist auch nicht so wie Adrian. Was habe ich gesagt, wieso er das macht? Weil er nicht der Typ ist, der sich die holt. Also, warum, ne, warum sollte er die nehmen, die am freizügigsten ist? Er ist ein Jäger und er sucht genau die, die am, am meisten, äh, für aufsorgen. Genau, und wieso möchte er Siria? Weil Luis vorher an ihr dran war. Genau, und das macht sie besonders. Also, beziehungsweise wollte. Ja. Aber sie hat wirklich Gefühle für ihn. Ne, aber wenn ein anderer Typ sie nämlich gut findet, wird sie, glaube ich, direkt viel interessanter. Und das passt für mich total zu Nico. Wie der Teufel. Und jetzt hat er ihr angeboten, dass sie bei ihm duschen kann. Was hältst du von diesem, die Verführer oder Verführerin bei einem duschen zu lassen? Finde ich weird. Finde ich weird. Also, sie hat gefragt, auch ohne Kontext, ohne irgendwas. Das hört sich auch so an, als wäre es bei Temptation irgendwie auch keine Ausnahme. Das wäre das so öfters. Ich verstehe nicht, haben die keine eigenen? Also, es ist so, die haben unten im Keller, wie so Jugendherbergs, Schlafzimmer wohl. Also, so wie ich das mal gehört habe, ist das quasi wie ein großer Raum mit Etagenbetten. Und die Mädels teilen sich wohl ein Badezimmer. Entweder ein oder zwei Badezimmer. Das heißt, du hast halt da quasi gar keine Privatsphäre. Und manchmal lassen die Männer halt die Frauen dann zum Beispiel bei sich im Zimmer schlafen. Meistens dann irgendwie auf dem Boden. Oder die Mädels dürfen bei denen duschen und so. Weil das halt einfach unten alles so gammelig ist, ne? Was hältst du davon? Weiß nicht, muss nicht. Also, als Verführer das anzufragen und sich da ins Zimmer rein quasi zu sneaken, ergibt schon Sinn. Als Mann weiß ich nicht, ob das so ein... Es ist nichts Verwerfliches, weil so ist im Zimmer, kann man duschen, ist okay. Passiert ja auch nichts mehr. Aber es ist irgendwie so eigenartig. Warum? Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich halt so ein großes Zimmer hätte und dann ein großes Badezimmer. Und die quatschen ja auch wirklich mit den anderen. Und wenn du dann da bist und die sind gestresst, die haben scheiße geschlafen, weil in so einem großen Raum die Mädels plappern. Da wird wahrscheinlich auch viel gepupst. Die sind die ganze Zeit besoffen. Irgendwer wird bestimmt schnarchen. Und plus, das ist ja im Keller, heißt das, da gibt es keine Fenster oder nur so ein kleines. Ist ja voll scheiße. Und wenn du dann da zwei Wochen lang mit jemandem chillst und die Person erzählt dir die ganze Zeit, die kann nicht schlafen. Und ständig ist da irgendjemand auf dem Klo und das stinkt. Die Dusche ist besetzt und alles ist voller Haare und überall ist Make-up und und und. Da kann ich das schon verstehen, dass man irgendwann sagt, hör mal, ich habe oben eine Dusche fertig. Schnapp dir dein Kram und geh oben duschen. Weil ansonsten benutzt das nur eine weitere Person, das bin ich. Und wir können das zu ganz getrennten Zeiten machen. Aber es sind trotzdem immer schlechte Bilder. Ja. So, weil selbst wenn die Mädels aus dem Pool kommen und im Bikini hochgehen und in das Badezimmer, ist es trotzdem immer in einem Bild sehr viel Haut. So, und wenn man das dann unter Adrenalin an so einem Lagerfeuer sieht, kommt das vielleicht auch nochmal anders rüber. Mhm. Okay, und jetzt gucken wir uns mal an, was Nico zu Syria sagt, ne? Als er sie quasi direkt trifft, wo sie aus der Dusche kommt. Genau, sie kommt gerade aus der Dusche und er so, darf ich jetzt duschen gehen nach dem Motto? Und schaut, was er ihr sagt. Du stehst nachher bei mir, ne? Nein, mach alles, ich will. Und wenn du Bock hast, ne? Zimmer ist offen, für dich. Und er meinte auch, dass ich, äh... So, und das wolltest du unbedingt drin haben, ne? Ey, mir ist gerade aufgefallen. Ich habe das Gefühl, dass sich sein Mund bewegt hat, als er gesagt hat. Und dann die Stille war, diese awkward Stille. Dass da, dass da gar nicht so viel... Dass er vielleicht noch was anderes gesagt hat. Ja, meinst du? Ja. Meinst du, das ist geschnitten? Ja. Aber halt nur das Audio. Guck, sein Mund bewegt sich. Und wenn du Bock hast, ne? Nee. Zimmer ist offen. Ich glaube, der Stammelt. Ich glaube, der Stammelt. Wenn du Bock hast, irgendwie irgendwas, bla bla bla, Zimmer ist offen. Aber die haben das so geschnitten, wie wenn du Bock hast, so... Zimmer ist offen. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Kontextunterschied. Warte mal, wir schauen mal eben, was sie nach dem Interview sagt, ja? Ziehen kann, so jeden Tag buschen und ready machen. Und ich dachte mir so, schon Luxus, ne? Ja, okay. Hat ihr halt gesagt, sie kann sich da fertig machen und so. Kann sein, dass sie das mit dem Fertigmachen eventuell rausgeschnitten haben. Weil es nicht dann so sexuell klingt. Ja, eben. Na, Frau zu sagen, ja, du kannst dich hier schminken, fertig machen. Das ist ja mit mehr Logik, ne? Aber das auch so zu schneiden und auch wirklich so quasi eine Pause da rein zu schneiden, dass sie sich sexuell anhört, ist mir erst jetzt aufgefallen. Beim ersten Durchgucken ist mir das nicht aufgefallen. Ich kann auch Stammeln sein. Ich bin davon nicht überzeugt. Ja, aber selbst das Stammeln hätte man gehört. Man sieht ganz deutlich, dass er seine Hände bewegt, dass er gestikuliert, dass er noch irgendwas sagt, dass sich dein Mund bewegt. Aber da ist kein Sound. Was würdest du machen, wenn du bei Temptation wärst und ich würde die Bilder hinterher sehen? Würdest du jemandem prinzipiell das nicht anbieten oder würdest du immer sagen, ich gucke nach Situationen? Und wer wem? Was? Wie kannst du mir in dieser Situation nicht zuhören? Wie kann das sein? Das war zu kompliziert. Angenommen, du wärst Nico. Ja. In Nicos Situation. Ja. Und du würdest da eine Bezugsperson haben, die eine von den Verführern ist. Und die würde dir halt erzählen, die Mädels furzen mich voll, alles volle Haare, ich habe keinen Platz zum Atmen, würdest du mir dann anbieten, komm einfach bei mir, ne? Dusch bei mir, mach dich bei mir fertig, alles Tutti. Ich glaube an sich, also von mir aus würde ich das nicht unbedingt anbieten, anbieten, aber wenn es irgendwie thematisiert wird, im Sinne von, boah, ihr habt aber eine viel coolere Dusche, wir haben nur so ein Shit, könnte ich mir vorstellen. Weil du dich unter Druck gesetzt fühlst, freundlich zu sein oder von dir aus? Ich glaube, weil ich mich unter Druck fühle. Weil es sind trotzdem keine guten Bilder, wie du schon sagtest. Deswegen, ich glaube, ich würde es eher nicht machen, aber ich könnte es machen. Aber halt auch nicht dann trotzdem noch reinkommen, während sie noch duscht. Ja, aber sie war fertig mit Duschen. Ja, trotzdem, der ist ja reingekommen, sie war noch im Zimmer. Ah, du meinst damit auch quasi überhaupt, dass keiner Zusammenschnitte geben kann. Ja. Wie jetzt so? Sie duscht, sie ist fertig, sie kommt raus, alles gut, weiter chill. Verarschen wollen. Du würdest an die Bilder denken und dich anders verhalten. Aha. Aha, Fremdgeher. Okay, weiter geht's. So, als nächstes haben wir dann die Schlüsselloch, heißt es? Ja, genau, das Schlüsselloch. Die Mädels bekommen ein Schlüsselloch. So, das haben wir gesehen. Ja, alle Frauen vollkommen aufgelöst, alle haben weinen. Der eine mehr, der andere weniger. Ich glaube, was am... Ich glaube, ganz kurz, ich glaube, Charlene hat noch nicht geweint. Stimmt, die war aggressiv. Die war abgefuckt von dem. Ihre Reaktion war halt die Fresse, was machst du da? Ja. Ich glaube, Tatum hat das am meisten getroffen. Mhm. Die ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir nochmal gucken, danach ja auch direkt ausrasten gegangen quasi. Also rausgestürmt. Ja, die ist ins Badezimmer gegangen, weil da keine Kameras sind. Genau. Und hat da geweint. Und dann ist Lorraine hinterher gekommen und die haben ein bisschen über ihre Typen abgelästert. Aber noch voll, voll okay, Sachen, die ich dir ins Gesicht sage. Ja. Also halt auch, weil das, was Louis gemacht hat, war halt auch heavy. Heavy über die Grenze hinaus eigentlich. Ja. Jetzt halt nur die Frage, ob er besoffen genug war, um da einen Filmriss zu haben, dass er sich da nichts dran erinnert und das versehen und whatever. Und das ist gar nicht er. Ja, tut so, ne? Ja, tut so. Weiß man alles nicht. Alles, alle anderen, die Bilder waren ekelhaft. Die Frauen auch zu Recht darüber genervt und aufgeregt. Aber jetzt nichts so krasses, wo man sagen würde, uff. Ja, aber nur in Bezug auf Temptation. Ja, ja, ja. Im realen Leben. Ja. Alter. Genau. Alter. Schluss mit allen. Ja, man weiß ja nicht, was die alles abgesprochen haben. Also kann ja sein, dass die irgendwas... Ja, ich glaube, für Temptation macht man immer spezielle Regeln, aber trotzdem im realen Leben. Ja. Aber an sich waren schon für die ersten Folgen heavy. Ja, voll. Und auch immer auf unterschiedliche Weisen. Also der eine sich massieren lassen, der andere befummelt wirklich mit Arschklatscher, der andere... Eigentlich, das meiste Nico. Alle ekelhaft, alle ekelhaft. Das meiste Nico und Adrian? Wollte ich gerade sagen, das meiste ist eigentlich Adrian, aber ich glaube, Adrian versetzt so ein bisschen die Schamgrenze für die anderen Jungs, dass mehr geht, weil er macht eh mehr. Das meint Nico ja auch. Im Sinne von, ja, Adrian hat sich ja nicht unter Kontrolle, nicht so wie Nico. Sehr gespannt drauf. Ja, aber ansonsten geht. Was geht? Na, insgesamt die Situation. Also sonst gab es nicht noch mehr krasse Ausraster. Aber das Ding ist, das war ja jetzt auch... Die haben jetzt Bilder gesehen vom ersten Tag. Ja, das stimmt. Stell dir mal vor, wir verabschieden uns, wir sagen einander, dass wir uns lieben, sehen uns in zwei Wochen und das nächste, was du von mir siehst, ist, guck mal, wie ich das direkt auf mich beziehe, ist, wie ich fremden Männern auf den Arsch klatsche und mich massieren lasse, halb nackt. Und der Mann hat nur ein String an. Ich wäre sauer. Ich wäre so sauer auf dich. Vor allem, das kratzt doch auch total einfach am Vertrauen, wenn du denkst, ich habe dich noch vor 24 Stunden geküsst. Vor 24 Stunden hast du mir gesagt, dass du mich liebst, wir haben uns verabschiedet. Und man redet ja auch vorher noch darüber, wahrscheinlich, dass man sich da irgendwas aufbaut und alles Mögliche. Ja. Tut weh. Ja. Verständlich. Mhm. Wollen wir dann direkt zur dritten Folge skippen? Ja, ich denke. Ach so, warte, das, was noch war, war ja, Tatum hat ja große Tröster gehabt, ne? Dieser eine Typ, der da voll tätowiert ist und sie ständig angrabbelt und so. Mit dem E-Kill-Porno-Schnauzer? Ja. Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht großartig reden, weil der wird die nicht bekommen. Die ist da viel zu oft Distanz und die ist halt lieb und die ist nett, aber die ist auch gar nicht, die will dem nicht fremd gehen. Ja. Ach ja, die Mädels knutschen noch, aber das ist so unerwähnenswert irgendwie. Ja, also Tatum geht dann auf quasi Party machen und vergessen und quasi Mittelfinger zeigen. Teilweise auch, glaube ich, wörtlich in die Kamera. Ja, ja, ja. So, das ist passiert und ja, dann haben die sich dann auch geknutscht, die Mädels. Lorraine und Tatum, ne? Genau. Ja, das war ein Nenswert. Wie findest du das? Das ist so eine schwierige Sache. Absolut keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie da die Beziehung ist. Also eigentlich, ein Kuss ist passiert, aber andererseits, der Kontext ist da ja ein ganz anderer. Das ist ja kein, wir finden uns anziehend. Keine sexuelle Spannung. Genau, genau. Und deswegen haben wir uns geknutscht. Weiß ich nicht. Absolut keine Ahnung. Ich finde es gut, dass die Mädels mal ein bisschen Spaß haben. Ich finde, das ist auch eine bessere Art und Weise, mit einer Mitkandidatin ein bisschen zu knutschen, wobei es ja auch kein richtiges Knutschen war, es war ja ein Kuss einfach, als irgendwas mit irgendeinem Verführer zu machen. Immer am besten an die Mädels halten. Ja, das ist auch die sichere Nummer. Ja, aber was will der dann Freund hinterher vorwerfen, wenn der da so sich benommen hat, wie die Jungs da? Aber du hast Lorraine geknutscht. Ja, einer der Verführer hat sich dann auch direkt an sie reingeschmissen, aber auch wirklich dann sehr auf Angriff gegangen, sag ich mal. Aber ich glaube, die stehen alle auch irgendwo auf Tatum. Aber sie hat dann auch gut gekontert. Sie ist dann jedes Mal weggegangen, jedes Mal so, naja, alles gut, ich will nur Feier machen. Dann wollte er sich auch neben sie hinnehmen, also sie trösten, legen ins Bett, wo sie erst mal meinte, ja, trösten, dies, das, reden, alles gut. Ja, sie war immer noch lieb, aber sie ist irgendwann aufgestanden gegangen. Genau, dann war ihr aber auch irgendwann zu viel und dann ist sie nach unten gegangen, hat dann zusammen mit, ich glaube, drei, vier Jungs auf der Couch so neben, getrennt, geschlafen, gelegen. Voll Chilly-Mini. Ich hätte es halt cooler gefunden, wenn sie sich an die Mädels gehalten hätte anstelle an die Jungs, aber ich kann mir halt auch einfach vorstellen, wenn dein Partner, und sie hat das ja wirklich nicht erwartet, dich so verarscht, dass das eine Lücke ist, die vielleicht eine Freundin nicht füllen kann. Dass du so viel Schmerz in dir hast, dass du die mit halt Boys füllen musst. Kann ich mir gut vorstellen. Aber halt auch die Bilder sehen ja auch ganz furchtbar aus, wie sie da mit dem auf dem Bett sitzt, weil es ist auch alles so schwarz-weiß und, ne, weil es ja nachts ist. Das sieht alles dann nochmal so ein bisschen mehr nach... Als würde da irgendwas laufen. Ja, nach Home-Video-Porno sieht das aus, ne? Sagt man Home-Video-Porno? Nein, heutzutage nicht. In den 80ern vielleicht. Ja, das halt. Wobei, es gab mal eine Regelung, dass die Mädels nicht zusammen in einem Bett schlafen durften. Okay. Na, die Regelung gab's mal, weil die haben das natürlich dann irgendwie, glaube ich, in der Staffel davor gemacht, damit die sich aneinander trösten können und dann dachte sich die Produktion, diesmal nicht! Und jetzt geht's zu den Jungs. Wenn zusammen, dann nur gefährlich. Ja, genau. Genau. Ja, dann, äh, Folge 3, ne? Folge 3. So, dann bei der dritten Folge, sehr langer Aufbau, sehr lange nichts passiert ist. Wir gehen direkt zum Lagerfeuer, aber wir werden auch nicht jünger. Direkt am Lagerfeuer war dann, äh, als erstes für Adrian die Bilder dann gezeigt worden. Ja. Der dann natürlich von Nuller nochmal darauf angesprochen wurde, dass er die, äh, Bedenken geäußert hat, dass, weil Charlene ja so fett geworden wäre, die anderen Verführer sie nicht so gut fänden. Mhm. Okay, stell dir halt mal vor, dein Partner sagt über dich, na, ich glaub, du kriegst da Probleme einzubekommen, weil du bist so hässlich geworden. Ja, der ist, der ist wirklich ekelhaft. Der ist in einer Beziehung wirklich ekelhaft, den stell ich mir... Schlimm, stell dir mal vor, du musst mit dem in einem Bett schlafen und du wachst jeden Morgen daneben auf. Plus, sie erzählt ja auch noch, dass er anscheinend nix im Haushalt macht. Hm. Was kann der? Ja, schon so. Und Führerschein hat der auch nicht. Ja, Führerschein hat der auch nicht. Und wer keinen Führerschein hat, der ist kein Mann. Also. Hat einer der Führer gesagt. Ist so. Ja, ich bin auch kein Mann. Ich brauch keinen Führerschein. Ich hab doch dich und du hast einen Führerschein. Mein manly man. Okay. Ja, ich find den einfach total unsympathisch. Ich kann den kaum ertragen. Ich find das so gemein, wie der mit seiner Freundin umgeht. Und dann sagt er auch noch irgendwie so, ihm würde das nicht passen oder was er nicht in Ordnung finde, wäre, wenn sie sehr viel Körperkontakt zu den Jungs zulassen würde. Wirklich, ich glaube nicht, dass sie das ist. Sie wird da... Ach nee, die Männer haben ja auch irgendwie Sex, ne? Ich würde Charlene wirklich wünschen, dass sie den danach abgesägt hat und sich einen richtigen Typen geangelt hat, der einen vernünftigen Charakter hat, der liebevoll ist, der ihr hilft, sich wieder aufzubauen und sie richtig vernünftig durchnimmt. Ehrlich. Ich wünsche ihr das. Ich wünsche ihr das erfüllteste Sexleben ihres Lebens. Es wäre besser, wenn sie da einen Partner findet, der vernünftig ist. Unmöglich. Vor allem einfach 100 Prozent das Gegenteil. Ja, von dem, was Adrian mit ihr macht. Die hat das so verdient, dass sie ist so... Für mich ist sie von der ganzen Gruppe so ein richtiges Mäuschen. Die tut mir richtig leid. Mir tut das richtig im Herzen leid, was der mit ihr macht. Das wird dir auch nie wieder besser werden. Wenn einmal jemand so den Respekt vor dir verloren hat, geh, geh, das wird nichts mehr. Der wird sich nicht ändern. Der wird dich nie mehr anders wahrnehmen können. Und sie hat dann auch direkt als Gegenstück auch die Bilder bekommen, dann von Adrian. Was da dann abging, können wir uns noch teilweise erinnern, mit der Massage und so. Ich habe den Respekt vor ihr. Also die Bilder waren schon hart eklig. Auch mit dem auf dem Hintern klatschen, einfach einem vorbeigehen, ist auch so eine eklige Nummer. Irgendeine Verführerin, ich habe die nicht mal richtig erkannt, geht dann mit ihm vorbei und er klatscht dir nochmal so auf den Arsch, aber grapscht auch so zu. Ich weiß auch nicht, was für ein Typ Charakter man sein muss, um das einfach nur so casual zu machen. Ekelhaft. Das ist echt... Der hat einfach... Der ist wie Single. Der hat keine Freunde. Selbst Single macht man das nicht, wenn man ein bisschen Respekt hat. Rian, dann lässt er noch die ganzen Frauen an seinem Hals lecken und so. Ja, der ist einfach... Der geilt sich daran total auf. Ey, wenn ich den am letzten Lagerfeuer sehe, ne, und der sagt ein Wort zu ihr, ich gehe an die Decke. Ehrlich. Sowas Respektloses. Das kannst du doch niemandem... Du kannst das doch vor dir selbst nicht rechtfertigen, mit so einem Mann zusammen zu bleiben. Lass dich doch nicht so behandeln. Ja, das ist wirklich eine respektlose... Unterste Schublade, ja. Ich glaube, sie hat aber auch das gar nicht so großartig kommentiert. Also sie hat das nicht zu krass an sich gemacht. Weil sie meinte, glaube ich, sie muss die Bilder erstmal sacken lassen und erstmal verarbeiten. Weil das Ding ist ja auch, wenn du eh schon so ein geringes Selbstwertgefühl hast, weil der immer auf dir rumhakt. Und dann siehst du einfach weiter, der dich demütigt. Und da sind noch alle Frauen drumherum. Das sind viel zu viele... Das ist viel zu viel. Wer soll das aushalten? Wie sollst du das verarbeiten? Und dabei quasi gibt er dir noch das Gefühl, dass du Glück hast, mit dem zusammen zu sein, weil eigentlich bist du fett und hässlich. Ja, der ist ja voll ekelhaft. Voll, der ist richtig ekelhaft. Ich hasse den. Ich hasse dich! Ja, als nächstes, Nico hat keine Bilder bekommen. Ja, stimmt. So, das war noch das Highlight, wo man drauf gespannt sein könnte. Als daraufhin Sarah, dann hat sie Bilder bekommen? Ja, Sarah hat Bilder bekommen, wie Nico sich hat die Eier zu... Rührei hat schlagen lassen ständig. Dann mit den Mädels, wo die meinten, wir wollen Dreier mit dir. Das ist ja auch das Geile, ne? Die meinte, in der zweiten Folge, das was Nico und ich charakterlich haben, da kommt keine ran. Die Mädels brauchen das nicht charakterlich mit dem, die geilen denen die ganze Zeit so auf. Das ist ja quasi die Taktik. Bei Partys und bei Spielen und abends, im besoffenen Kopf, bombardierst du ja die Typen mit purem Sex im Endeffekt. Du machst die ja völlig wuschig, du machst die Bilder und, und, und. Gut, aber wenn du mal drauf achtest, der Rest des Tages, wo die zusammen frühstücken und so, da quatschen die mit denen. Und dann, wenn das passt und die mögen dich charakterlich und abends ist purer Sex, das ist so eine gefährliche Mischung. Das ist nicht dasselbe. Also, ich finde auch, dass es halt bei sowas sein kann, dass wenn du dich so sehr darauf einlässt und so in der Bubble bist, dass du einfach vergisst, was du eigentlich zu Hause hast. Das kann einfach passieren. Ich weiß nicht, wenn es vernünftig ist, eigentlich nicht. Ich meine nicht so, oh, das kann passieren und da muss man das, ne? Sondern du musst dich darauf einstellen, dass du deinem Partner da nicht so vertrauen kannst wie im normalen Leben. Zumindest, wenn man Nico als Partner hat, ja. Ja, dir würde ich natürlich 100% vertrauen. Du bist mein Goldengel. Mhm. Mhm, würdest du mir vertrauen? Na, aber nicht, du würdest mir nicht vertrauen, du hast mir das schon mal gesagt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss ich mir Gedanken machen, weiß ich nicht. Ja, sag's mir in der nächsten Folge. Es ist mir viel zu spät gerade für. Du wolltest die Folge jetzt noch aufnehmen. Ja, ich meine nur. Was hat für eine Arbeitsmoral? Du hast mich jetzt hier direkt mit Fragen bombardiert. Ja, sonst hast du ja nix. Die sehr viel Nachdenkbedarf haben. Du musst sehr viel darüber nachdenken, ob du mir bei Temptation Island vertrauen würdest. Ich würde dir hoch und heilig vertrauen, Idols, Dingsen, sicherlich. Ich würde schlimme Fotos liefern. Wahrscheinlich. Weil ich Spaß habe. Mhm. Okay. Louis bekommt dann Videos von Tatum, wie sie Lorraine knut. Oder Adam bekommt das von Lorraine. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, Adam lacht sich schlapp, findet das gar nicht schlimm. Aber Louis findet das gar nicht mal so cool. Und hinterher bekommt er auch noch Bilder von Tatum, wie sie da mit diesem Volltätowierten wieder so versucht, sie ein bisschen mit ihr rumzuschakern und so. Aber es passiert nichts Großartiges. Und Louis sagt, findet er nicht cool, würde er nie so machen. Ja. Der ist so auf einem ganz, ganz, ganz hohen Pferd. Der übertreibt des Todes. Man darf nicht vergessen, was der alles angestellt hat. Absolut. So was von dem Ball flach halten. Absolut. Ey, das ist der Hammer. Aber man sieht doch richtig, er meint das so. Er denkt wirklich, ihre Bilder sind schlimmer als seine. Wobei ich einmal einhaken muss, ich habe ja Tatum gestalkt und sie meinte, es gab bereits in der ersten Folge Szenen von Louis, die sie heute, also die sie jetzt zum ersten Mal sieht. Was total weird ist, weil in der zweiten und dritten Folge zeigen die im Schlüsselloch und am Lagerfeuer zweimal dasselbe. Und zwar, wo Siria sich auf seinen Schoß setzt nach Aufforderung und er sie da einfach so richtig notgeil begrapscht. Ich habe mich nämlich gefragt, also erstens scheint es, dass wir irgendwas noch nicht gesehen haben, aber dass sie auch andere Sachen gesehen hat. Irgendwie total merkwürdig. Ja, die schneiden, wie die wollen. Irgendwie schon. Ich würde halt wirklich gerne sehen, was da noch passiert ist. Also man sieht ja auch, wenn die am Lagerfeuer sitzen, wir sehen ja nicht eins zu eins das, was die sehen, sondern das ist ja für uns extra nochmal auf den Bildschirm geschnitten. In jedem Fall hat es gereicht, dass sie dann davon wieder nicht begeistert ist, um das so vorsichtig auszudrücken. Ja, ich habe schon bei früheren Staffeln gehört, dass die quasi, manchmal wenn die Lieblinge haben, zum Beispiel bei den VIP-Staffeln, wenn die mit den Männern noch weiter zusammenarbeiten wollen, dass sie dann so kleine Tricks machen, die zum Beispiel, dass sie den Frauen beim Lagerfeuer die richtig krassen Bilder zeigen, richtig krass, krass. Die Frauen haben darauf eine Reaktion, aber für uns werden Bilder eingeblendet, die nicht ganz so krass sind. Das ist eklig. Das ist richtig eklig. Manipulativ. Voll, und die Frauen dürfen ja eigentlich gar nicht darüber reden. Das war das, was ich gehört habe. Ja, dann gab es dann nur noch die gemeinsamen Bilder, wo die halt einfach nur wieder die Bootsszenen gezeigt haben. Die sind so schlimm, ne? Also ehrlich, das Ding ist halt auch, wenn du da dann sitzt, und das geht ja alles furchtbar schnell, die bekommen auch nur jeden Ausschnitt einmal zu sehen. Die können nicht sagen, bitte zeigt ihr mir das nochmal. Und die ganze Adrenalin, du riechst los nach deinem Typen in diesen Pam-Pam-Pam-Pam-Momenten. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Ich glaube, das wirkt so schlimm auf einen. Die ganze nackte Haut zu sehen, die Männer, die die Brüste eincremen und sich da massieren lassen und alles Mögliche. Du kannst auch gar nicht richtig unterscheiden, wer deiner ist und wer nicht. Vor allem, Loreen hat ja, glaube ich, keine eigenen Bilder bekommen, aber dann die Party-Boot-Bilder bekommen. Sie war not amused. Nee, die war richtig gekränkt, ne? Ja, aber würde ich dich sehen, wie du fremde Brüste eincremst? Ja, ich verstehe aber nicht, was das für eine Aktion war. So richtig eigenartig. So sagt man einfach, kannst du selber, da kommst du doch auch dran. Ja. Was? Guter Mann. Es ist wahrscheinlich dieses, die wollen irgendwie Bilder machen, um Reichweite hinterher zu haben. Sein Gesicht war da nicht im Bild. Ich meine ja nicht. Ja, okay. Okay. Ja, aber sonst hätten sie eben bei den Party-Boot-Sachen rausschneiden müssen. Ja, das stimmt. Mit so einem Smiley über seinen Kopf. Wäre viel zu viel Arbeit. Sonst war da, glaube ich, nichts. Genau, ich glaube, das war's. Wir schauen uns jetzt noch einmal die Vorschau zur nächsten Folge an. Bah. Ekelhaft. Ekelhaft. Das ging schon ziemlich auf. Ekelhaft, wirklich. Ey, für so eine Party viel Spaß, alles gut, ne? Aber wenn man sich daran erinnert, dass die einfach Freundinnen haben, ne? Ey, die Mädels, die Verführerinnen, die können machen, was sie wollen, ne? Das ist alles deren Job. Da war auch eine mit so Nippel-Tape und so. Mach, hab Spaß, ne? Aber schon Adrian, was der da gemacht hat, hat der nicht irgendwie auch jemanden am Hals geleckt? Wurde abgeleckt? Ist mit einer abgezogen ins Zimmer. Sieht auf jeden Fall so aus. Die Mädels in der anderen Villa weinen schon wieder. Boah. Es ist auf jeden Fall sehr viel Action. Ja. Also nächste Folge könnte viel versprechend sein. Äh, du bist so eklig, Alter. Drama! Das sieht grausam aus. Ich liebe grausam. Mhm. Ja. Jetzt versuchen die halt irgendwie, glaube ich, dieses Jahr die Frauen-Villa auch so ein bisschen aufleben zu lassen. Das sah aus wie irgendwie ein Kuss zwischen Charlene und irgendeinem Verführer, aber es sah aus wie so ein Spielkuss, ne? Ähm, irgendwie die Mädels haben da mehr, irgendwie, die Männer sind irgendwie in so griechische Klamotten. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Ja, aber das kommt alles da nicht ran. Niemals. Ja, dann. Freuen wir uns auf nächste Woche, wa? Mhm. Alles klar. Bis dann. Bye.